Diesen beeindruckenden Kunstschuss zeigt der spanische Erstligaklub FC Valencia in seinem YouTube-Kanal. Ballkünstler Alvaro Negredo Sánchez schießt von einigen Metern hinter der Torlinie und zirkelt das Leder gekonnt in den Kasten. Das Video entstand im Training vor dem Spiel am Sonntag gegen Tabellenführer Real Madrid. Vielleicht war der gelungene Trick ja ein gutes Omen. Valencia gewann die anschließende Partie mit 2 zu 1.